Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um den NUA ND1000 Filter. Ich habe hier die 67mm Variante. Und wie auch schon gesagt, mit der NUA Marke habe ich schon in der Vergangenheit viele Berührungspunkte gehabt und bin positiv überrascht. Deswegen habe ich mich entschieden, den ND Filter von dieser Marke zu holen und die Bewertungen sind auch gut. Wozu braucht man einen ND1000 Filter? Das ist eine sehr starke Sonnenbrille für die Kamera. Man braucht diese Abdunklung bei sehr hellen Umgebungen, wenn die Sonneneinstrahlung extrem hell ist, um vielleicht auch eine lange Belichtung, wenn man eine lange Belichtungszeit haben möchte oder auch Bewegungsunschärfe ins Bild bringen möchte. Dann empfiehlt sich so ein ND1000 Filter, um schöne Effekte zu machen. Ich wollte heute mit euch diesen Filter auspacken, mir das mal angucken, unboxen, gucken, wie der Ersteindruck ist und die Qualität und im Anschluss direkt dann natürlich der Test. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in diesem Video mitmache oder nochmal ein extra Video. Wir werden es sehen. Ich habe natürlich auch auf die Bewertungen geguckt. Die Bewertungen sind gut. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Mikrofasertuch. Gucken wir uns das mal an. Ich finde die Mikrofasertücher von Nua echt gut, weil die halt nicht so dünn sind. Und die sind recht groß. Gefällt mir sehr gut. Ich habe es übrigens unten verlinkt. Schaut gerne unten rein. Wir haben hier einen Metallrahmen. Fühlt sich wirklich sehr gut an. Hier haben wir es quasi angeraut. Hier haben wir Rillen für einen besseren Halt. Das Gewinde scheint gut gearbeitet zu sein. Die Verdunklung ist natürlich zu erkennen. Hier haben wir dann noch die Bezeichnung 67mm ND1000 von der Marke Nua. Ja, also das Glas scheint in Ordnung zu sein. Es sieht gut aus. Es ist wirklich makellos. Also ich halte es jetzt hier gegen das Licht. Da ist absolut nichts. Ich schraube das mal eben an mein Objektiv, um zu schauen, wie das Gewinde ist. Das ist mein Objektiv von Tamron. Das ist das 17-28mm Objektiv. Wenn ihr euch fragt, welche Größe brauche ich von dem ND-Filter. Ich habe ja jetzt die Größe 67mm gewählt. Das steht meistens hier an der Kappe vom Objektiv. Hier oben kann man es sehen. Vielleicht seht ihr es jetzt hoffentlich. Auf dem Objektiv selbst steht es dann auch nochmal drauf. Aber es empfiehlt sich in der Regel, wenn ihr euch von einer Marke einen ND-Filter holt, einfach euch das Größte zu holen, den größten Filter zu holen und dann das zu adaptieren. Weil wenn ihr den größten habt, dann könnt ihr das, falls ihr mehrere Objektive habt, verschiedener Größen, immer adaptieren. Und das sieht echt tipptopp aus. Super. Ja. Im nächsten Video oder einer der nächsten Videos wird das auf jeden Fall getestet. Dort werde ich verschiedene Sachen machen. Eine Langzeitbelichtung. Ich werde auch mal ohne ND-Filter ein Foto machen. Und dann dasselbe Bild mit ND-Filter, dass man den direkten Unterschied mal sieht. Lässt sich wunderbar, wirklich wunderbar draufschrauben. Macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Gefällt mir wirklich. Von der Haptik her, von der Qualität her schon mal sehr, sehr, sehr gut. Fühlt sich richtig gut an. Passt zum Design. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Ist im unteren Preissegment. Natürlich gibt es wesentlich teurere. Okay Leute, das ist es erstmal für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich richtig freuen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und weised euch rein. Vielen Dank.